Hi Leute, ich bin der Chris und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder eine Liquid Review, aber zur Abwechslung gibt es heute mal was anderes. Und zwar ist es das erste Mal, dass ich mehr als ein Liquid in einem Video bespreche. Dafür habe ich euch was ausgesucht, was ich heute ganz, ganz frisch per Weltmail bekommen habe. Und zwar geht es um Tom Sawyer von Tom Clark. Wir werden uns beide Varianten anschauen, das Classic und das Fruchtliquid. Wie ihr sehen könnt, sind die Flaschen in einem sehr, sehr oldschool Design gehalten. Richtig schön gemacht mit diesen alten Aufklebern. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr, sehr gut. Was mich wirklich überrascht hat, ist, dass der Hersteller wirklich nur diese beiden Liquids anbietet. Also ihr bekommt hier keine komplette Serie, sondern wirklich nur Classic und Frucht. Finde ich persönlich jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Denn das zeigt für mich, dass hier wirklich auch eine Arbeit dahinter steht und auch wirklich lange an diesen Liquids geforscht wurde. Bei Facebook, glaube ich, war sogar ein Kommentar zu finden, dass an diesen Liquids zwei Jahre lang entwickelt wurde. Laut Tom Clarks wurden bei der Zusammenmischung zwölf verschiedene Aromen verwendet. Und bei jedem Dampfen soll sich etwas Neues entdecken lassen. Aber Waldmeister soll bei jedem der beiden ganz weit vorne stehen. Und es soll sich wohl nur der Fruchtanteil im Geschmack verändern. Beim Ausatmen soll uns eine leicht frische Note begleiten. Da bin ich wirklich gespannt, wie das schmeckt. Beide Liquids sind in einer 70-30 Mischung. Und ich habe sie hier mit 3 Milligramm Nikotin. Ihr bekommt sie natürlich wie üblich in allen gängigen Stärken. Von 0 bis, ich glaube, 12 oder sogar 18 waren es. Ich habe hier die 50 Milliliter Flaschen. Ihr müsst mal auf der Homepage von Tom Clarks nachgucken. Ihr bekommt sie wirklich in allen möglichen Größen. 15, 30, 50, 50 Glas mit Ripperaufsatz. Oder hier die PET-Flaschen, wie ich sie habe. Das Größte, was ich gesehen habe, ist ein 1 Liter Gebinde in einer Braunglasflasche. Und das sieht natürlich wirklich, wirklich klasse aus. Natürlich kostet das dann auch ein paar Euro mehr. Also wenn ihr das kauft, seid euch sicher, dass ihr das Liquid wirklich über alles liebt. Sonst ist es vielleicht ein bisschen viel Geld auf einmal. Mit welchen von beiden fangen wir an? Ich würde sagen, wir nehmen das Classic, weil das Fruchtzoll auf dem Classic aufbauen. Also dampfen wir mal los. Oder noch nicht gleich. Da in letzter Zeit ein paar Nachfragen gekommen sind bezüglich meinem Equipment. Hier mal für alle in der Großaufnahme. Mein Liebling, den Dark Horse. Mit dem schönen White Drip Tip. Wirklich ein Riesenrohr. Da habt ihr wirklich Airflow satt. Das Ganze sitzt auf meiner altbewährten Siegelei 150 Watt Box. Ich persönlich habe hier eine Dual Coil drauf. 0,3 Ohm und befeuere mit 70 Watt. Hier könnt ihr es sehen. Drip. Es ist überraschend geruchslos, ehrlich gesagt. Ich hätte erwartet, dass aus der Flasche zumindest sich schon ein Basisgeruch entnehmen lässt. Aber gar nichts. So Leute, genug geredet. Tom Sawyer Classic. Klicke, legen wir los. Es ist wirklich ein interessantes Aroma und allgemein ein sehr, sehr interessantes Liquid. Ich kann nicht genau sagen, wonach es schmeckt. Der Geschmack ist sehr, sehr unaufdringlich. Sogar das Waldmeisteraroma ist nicht so prägnant, wie man es sich vielleicht vorstellt. Jetzt auch durch meine Beschreibung. Im Gegenteil, es ist sehr, sehr subtil und wird nur unterstützt von offensichtlich diesen elf anderen Aromen. Es ist komisch, wenn man einen Dampf im Mund hat, schmeckt man ganz, ganz deutlich das Waldmeisteraroma raus. Erst beim Ausatmen kommen noch andere Aromen dazu und ergeben dann das Gesamtbild. Die kühle Note, man kann sie wahrnehmen, aber sie könnte für mich als Mentholiker ruhig noch etwas stärker sein. Ich muss nochmal probieren, Leute. Ich habe es nicht glauben können, aber es ist wirklich so. Mit jedem Mal, wo er das dampft, kommt ein anderer Geschmack. Manchmal ist das Waldmeistermeer vorne, dann wieder weiter hinten. Dann ist der Fruchtanteil wieder ein bisschen weiter vorne, wieder ein bisschen weiter hinten. Es ist kein süßes und es ist kein saures Liquid. Es ist auch kein Dessert oder ähnliches. Es ist wirklich, wirklich schwer zu beschreiben, in was sich das einstufen lässt. Jetzt natürlich die Frage, ist es ein All-Day-Vape, wie der Hersteller behauptet. Wenn man Waldmeister mag, pauschal, ja, ohne jegliche Diskussion. Wenn ihr es nicht mögt, dann denke ich, ist auch dieses Liquid nichts für euch. Trotz der Kombination von so vielen Früchten, die wir hier haben. Doch die Hauptnote einfach auf Waldmeister. Alles in allem ist es wirklich ein sehr, sehr leckeres Liquid, was wirklich noch viele Überraschungen im Geschmack hat, was ich selbst nicht erwartet hätte. Aber jetzt bin ich gespannt, wie sich das Fruchtliquid dagegen macht. Wir schwenken auf Blau um. Reden wir nicht lang, dampfen wir es. Das kann man eigentlich jetzt kurz machen. Es schmeckt genau wie das Klassik, nur der Fruchtanteil wurde erhöht. Finde ich persönlich besser, ich bin Fruchtfan, daher würde ich diesem klar den Vorzug geben. Mir persönlich schmeckt es auch besser, weil die Fruchtnote einfach ein bisschen dieses Waldmeister rausnimmt. Mein Fazit, es sind beides wirklich tolle, tolle Liquids. Für welche ihr euch entscheidet, hängt immer davon ab, wie viel Frucht ihr mögt. Dieses hier ist ganz klar der höhere Fruchtanteil, für mich der ausgewogenere Geschmack. Dieses hier liegt meiner Meinung nach deutlich mehr Wert auf den Waldmeistergeschmack. Beide lassen sich sehr, sehr gut dampfen, haben eine hervorragende Dampfentwicklung, habt ihr gesehen hoffentlich, und schmecken sehr, sehr gut. Wie immer setze ich euch einen Link zu einem Shop unten in die Box, und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, und bis zum nächsten Mal.